Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Klonoa Empire of Dreams. Jetzt habe ich es mal ehrlich gesagt, den Gameboy-Spiel aber. Ich habe ja schon mal erfahren, beziehungsweise glaube, es gibt auch dieses Spiel für die anderen, hohen Konsolen. Es ist halt einfach nur das Gameboy-Spiel. Wir haben uns das letzte Mal hier wieder mal das Rätselspiel rausgesucht. Wieder mal kommen wir zu einem Bonus und dort werden wir auch jetzt weitermachen. Und ein eigenartiger Bonus, in dem wir sogar rumlaufen können. Okay, dann können wir vielleicht auch alle 100... Oh! Jetzt weiß ich warum. Na? Moment. Ich weiß, jetzt habe ich verloren, aber ich war jetzt total fassungslos und gerade blieb wieder alles hängen. Das geht ja nach oben! Nein! Ach, komm schon! So, jetzt nochmal. Hoch! Hoch! Lass den Einkristall jetzt links liegen und... Nach! Ach, ich muss ja auch da lang. Ups! Ich habe das mit dem Kristall anders im Auge gehabt. Oh, das ist ja wieder mal ein Fehlprojekt oder was? Ich lasse wie gesagt den Einkristall außen. Ist ja auch nur ein Bonus. Ich dachte echt, das wäre vielleicht ein normales Ding, aber... Im Bonus ist mir das etwas egal. Wow! Ach, was ist denn... Das kann doch ein Pferd sein. Warum man... Warum macht man das denn so... Ah! So viel Leben will ich aber auch nicht verlieren. Das will ich aber auch irgendwie gerne schaffen. Aber man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. So, jetzt aber zack! Aha! Klettern! Jetzt wird es ja... Ja, jetzt wird es wieder gemein. Aber es geht trotzdem. Wollen wir uns den auch noch an? Was denn? Ich habe doch... Ich habe doch gedrückt. Ich darf den ganzen... Nein! Ich muss das Ganze nochmal von vorne machen. Das ist doch gemein. Das ist ein Bonus-Level, wo ich jetzt echt sagen kann, das würde es nicht sein müssen. Das würde echt nicht sein müssen. Man hat doch gar keine Idee. So, jetzt aber. Zack! Hoch, hoch, hoch! Nein, 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 nein! Oh! Ich habe doch gar nichts sehen können. Wie soll man das überhaupt so schaffen? Das fängt ja super an wieder mal. Ein Bonus bisher war ja gar nicht so verkehrt, was bisher gekommen ist. Aber das... Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Nein! Da muss man ja voll schnell sein. Das sieht zwar jetzt so simpel aus. Vielleicht ist es das ja auch. Aber du kannst doch nicht vorher wissen, wo lang du musst. Du kannst nicht vorher wissen, ob du eine Eule brauchst oder sowas, um weiterzukommen. Und manchmal reagiert er ja gar nicht. Und manchmal reagiert er ja gar nicht. Da! Das gibt's doch gar nicht! Wie schnell muss man denn da sein? Ich dachte, so käme ich vielleicht der linken Kristall noch dran, aber... Nee, lass mal. Das ist mir zu riskant! Viel zu riskant! Komm her! Ich achte jetzt erstmal gar nicht auf die Kristalle, weil das ist... in den Bonussen etwas... zu... gemein. Wenn ich welche bekomme, ist gut. Wenn nicht, dann... dann halt nicht. Es ist nur ein Bonus. Wir könnten auch mal schneller rauskommen. Herrlich. Ja, kommt schon! Was denn? Ich wollte... Ich hätte es fast geschafft! Mann! Braucht man lange für dieses eine Level hier. Das ist... Scroll-Level finde ich ja schon ganz okay. Ist ja auch gemein. Aber das ist ein Scroll-Level... bei dem man überhaupt nichts weiß. Weil du musst ja nach oben und nicht nach der Seite. Das heißt, du musst ja schon klettern können. Und wenn du das nicht kannst, dann... hast du versagt. So, jetzt hopp! Wieder hopp! Hoch! So, jetzt hoch! Komm her! Das nehmen wir noch mit! So, jetzt aber! Jetzt müssen wir nach links! Und ich lasse dir jetzt außen vor... Ist mir jetzt egal! Das ist mir jetzt egal! Geht das jetzt schneller los hier, ehrlich? Hallo! Komm her! Och, nee! Das mag ich auch nicht! Woher soll ich denn wissen, dass ich nach der Seite muss? Was ist denn? Ach, komm schon! Mann! Und ich verliere immer mehr Energie und Leben. So, jetzt lasse ich's sein! Das ist so gemein! Ach, komm schon! Wie geht's jetzt weiter? Oh, nein! Nein, 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 nein! Hier steige ich lieber schon mal auf! Jetzt hab ich mir gedacht, dass es nach der Seite geht! Und wieder mal ganz links diese Kristalle platziert! Super! Top, ey! Ich glaub das nicht! Auch das hier! Auch ganz super! Obwohl ja, hier ist schon das Ende! So! Dritte Station! Und anscheinend auch die letzte! Der war's immer drei! Ja! Wo geht's jetzt lang? Wo geht's jetzt lang? Och, nö! Nicht diese Plattform! Obwohl, das ging jetzt gerade noch! Ja, ja, ja! Das ist wieder die eine Seite, in der man hin muss, ne? Ach, das ist gemein! Auch wieder total... Ja, komm! Auch wieder gemein gewesen! Jetzt, zack! Ja, auch! Nicht so! Was? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Warum soll man den denn noch mitnehmen? Och, das ist doch gemein! Den muss man noch auf dieser Plattform mitnehmen! Wie gemein ist das denn? Mein Herz brauche ich eigentlich auch gar nicht zur Zeit! So, hopp, hopp, hopp! Keine Z... So! Kann ich nicht auch von hier aus... Ja, das geht auch! Okay, hier gibt's natürlich zwei Möglichkeiten, an diesem Ding dran zu kommen! Da muss man nicht... Zwangsweise... dran! Aber hier! Hier! Ach, ne, das war hier gar nicht! Wann das doch mal! Wo war nochmal diese komische linke Nummer? Ich glaub, die kommt jetzt! Ja, 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 ja! Hopp! Och, man! Was für ein Bonus-Level! Ich hab jetzt ja noch 32 gekriegt, aber das ist ja auch fast schon gar nicht machbar, so schnell zu reagieren! Wobei, soll man wissen, wo irgendwas ist? Oh, Mann! Ich freu mich jetzt auf ein normales Level und ich hoffe, das ist ein normales Level! Glücklicherweise, ja! Ein vernünftiges Rätsel-Level und kein... Ich muss jetzt ganz schnell sein! Ähm, okay! Irgendwas sagt mir, ich muss aber auch da hinten hin! Warte mal, mach mal Platz da, Junge! Ah, so! Hä? Ach, ich seh gerade, es sind sogar drei Schlüssel! Wie bitte? Hm, ja, fängt auch super an! So, jetzt geh weg! Ja, gut, ähm... Ups, so kann man's natürlich auch machen! Ähm... Was passiert, wenn ich jetzt hier runtergehe? Nix! Nur, dass ich hier noch einen Schlüssel brauche! Wo soll ich denn die Schlüssel auftreiben? Wo sind denn die Schlüssel? Ach je, ja, komm! Ich weiß schon, was ich machen muss, bestimmt! Ich muss jetzt einen von diesen komischen Viechern mitnehmen... Um an dem ersten Schlüssel dran zu kommen! Super! Na gut, aber wenigstens ist es nicht so schlimm wie das Scroll-Level gerade! Denn das ist noch machbar! So, da müssen wir jetzt ganz nach unten! Ein herzwämmiger Schlüssel ist dazu gekommen! Zumindest sah es aus wie ein Herz! Du, verschwinde hier! Bis jetzt keine Kristalle und keine Sterne gefunden! Aber ich seh'n Stern! Aber ich möchte ja auch Kristalle haben! Ja, also... Bis auf die Bonus-Level sind mir die Kristalle hier schon mehr wert! Okay... Ja! Chill, Junge! Chill! So, das war jetzt auch nicht schwer! Wofür brauchen wir den jetzt hier? Okay, wird sich jetzt bestimmt zeigen! Vielleicht Windabständen... Ach nee, von hier sind wir ja gekommen! Hä? Ah, Moment mal! Vielleicht müssen wir das auf dem... Draufwerfen! Um hier runter zu kommen vielleicht! Kann das sein? Nein! Komm! Ach, Klon Noah! Mach's doch mal richtig! Nee, das geht auch nicht! Hä? Okay... Ja, den kann man dann auch nicht mitnehmen! Wofür soll man den denn jetzt? Hä? Es kann doch nicht sein, dass man nur hier den dafür braucht! Das wäre ja... Blödsinn! Du, verschwinde mal da! Sonst komme ich da nicht durch! Das gibt's doch nicht! Nehme ich noch mal mit! Schauen wir uns mal hier... Oh, ein Schlüssel! Ein Schlüssel ist hier versteckt! Ich lasse den mal hier so durch! Zack! Herz brauchen wir zur Zeit nicht! Vielleicht kann man den auch aufheben! Hä? Warum sind denn hier zwei Leitern? Das ist jetzt für mich gerade ein großes Rätsel! Aber dieses Spielchen kennen wir ja schon! War hier oben nicht noch irgendwo was? Ein Kristall oder sowas? Wo ich nicht drankam? Kann man das jetzt von hier aus irgendwie machen? Nee, geht auch nicht! Wir können nämlich nichts mitnehmen! Okay, dann müssen wir also doch hier nach vorne! Warte mal, ich kann nicht vielleicht gebrauchen, weil ich jetzt nach oben muss! Zack! Um an die nächste zu... Da ist noch irgendwas, aber wie komme ich da dran? Wie komme ich an diese Kristalle dran? So, rüber! Öffnen wir erstmal diese Tür hier! Vielleicht kriegen wir die ja noch! Du sollst nach oben klettern! Doch nicht so weit! Klunoa! Och ja, wir kennen diese Spielchen hier schon! Ja, aber das war jetzt wirklich nicht so schwer irgendwie! Ich weiß auch nicht warum! Den müssen wir bestimmt mitnehmen! Warte mal, da oben sind noch Kristalle! Den will ich mir noch nehmen! So! Aha! Hier muss man wieder schnell sein! Wahrscheinlich, wenn wir hier drauf sind... Nee, das geht auch nicht! Ähm... Wofür soll die Plattform kug sein? Ich hab's keine Ahnung! Aber wir haben jetzt auch alle Schlüssel gefunden! Das ist für mich aber trotzdem ein großes Rätsel! Wir hätten auch von hier ausgehen können! Nee, das geht ja gar nicht, oder? Nee, jetzt komm ich nicht mehr hoch! Jetzt muss ich erstmal hier den Weg nehmen! Hätten wir auch von der anderen Seite ausgehen können! Normalerweise, sobald er den Wind abstellt, gehen wir ja nicht ganz nach oben! Und dann... Nee, das wird dann auch nicht geklappt! Gut, dann hat das... Dann war das doch richtig, was ich gemacht hab! Ah! Perfekt! Da war eine Plattform und hier ist noch ein Herz! Den können wir jetzt gebrauchen! Wir sind wieder am Anfangspunkt! Haben immer nur noch... Äh, haben nur 12 von den 30 Kristallen... Wie sollen denn die anderen sein? Bis auf die einen, wo ich nicht weiß, wo ich da hinkomme... ...hab ich keinen gefunden! Kriegen wir das jetzt irgendwie raus? Mit der nächsten Tür? Vielleicht kommen wir ja da irgendwie hin? Jetzt endlich mal! Moment! Ich spring los, sobald er... Na! Tiefer ist, aber das ist die eine Tür! Oh! Ach, wofür brauche ich den denn? Hm... Hier vielleicht noch ein paar Kristalle und ein paar Sterne... Weil wir haben auch nur einen Stern! Auch eigenartig! So, komm mal her! Ich brauch dich mal einfach! So! Ähm... Da ist doch mal das Ziel! Hier haben wir nochmal 2 der Sterne! Moment! Ich will mal was nachgucken! Ah ne, von hier sind wir glaube ich gekommen, ja? Hä? Wie kommt man denn an die anderen Kristalle dran? Also gut, ich weiß... Vielleicht müssen wir hier den Wind abstellen! Wir brauchen dafür diese eine Kiste! Die Frage ist... Wie kriegen wir die Kiste? Das kriegen wir eigentlich ganz leicht hin! Eigentlich... Ja, genau! So sollte es auch sein! Stellen wir das ab! Gehen wir hier weiter! Den brauche ich jetzt nicht, weil ich hier... von die nächste Eule bekomme! Was auch immer das darstellen soll! Was... Wie bitte? Das ist das Ziel nur! Hä? Gucken wir mal, ob wir was hier erreichen können! Nee, auch nicht! Hm... Ja, wenn das dann nur das Ziel ist! Ja, dann müssen wir quasi... So, zack! Warum kommt ihr denn auf einmal unten hin? Hä? 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 Wie soll denn das gehen? Okay, ich bin jetzt gerade etwas am... Fragen! Oder müssen wir irgendwas noch machen? Ich weiß jetzt echt nicht, was ich hier sagen soll! Ich geh nochmal... Ich glaub, ich muss nochmal zurück, aber... Da ist noch eine Leiter! Hä? Wofür soll die gut sein? Oder waren wir da schon? Warum hat er mich bitte schön getroffen? Ich hab ihn doch genommen! Ich hab keine Ahnung, wo wir die anderen Kristalle... Äh... Die anderen Sterne finden! Hab ich irgendwas übersehen? Ach, da ist auch ein Stern! Aber wo sind die anderen Kristalle? Hä? Hier waren wir, glaub ich, auch schon... Ja! Das war diese komische Öffnung! Die wir so öffnen können! Hier haben wir das Ding! Und da ist noch ein Herz! Achso, das stimmt, das haben wir schon gefunden! Den müssen wir da auf den Kopf hauen! Warte mal... Ähm, war ich hier schon? Ja, ne? Ja, hier war ich auch schon! Ja, ja! Hä? Ansonsten müssen wir das wirklich in der nächsten Folge weitermachen hier! So viel Zeit habe ich auch nicht! Jetzt nennen wir uns das Herz teil! Dann war das gar nicht verkehrt, dass wir das aufgehoben haben! Leute, ja, jetzt bin ich wirklich ein Rätsel! Dieses Level lässt mich gerade etwas fragen, wie geht das? Mitnehmen können wir auch nichts! Da oben war auf jeden Fall auch noch was! Und da kommen wir nicht hin! Warum kommt man da nicht hin? Warum? Warum? Wieso kommt man in dieser komischen Sache da nicht ran? Und warum komme ich an der Einstelle auch nicht weiter? Hä? Ich gucke noch einmal hier, ansonsten werden wir das auf die nächste Folge verschieben! Sonst wird die Folge zu lang und das will ich jetzt nicht mehr überziehen! Das ist schon die letzten Male schon überzogen und das hat dann eine Menge geschluckt! Da ist noch ein Kristall! Warte mal, ich will mal gucken, was hier unten ist! Nix! Toll, da käme man auch so drauf! Das ist jetzt auch nicht so schwer! Warte mal! Vielleicht sollte es ja auch eigentlich für... ...dem hier sein! Ja, ungefähr! Hier war das mit dem Wind, genau! Und dem Schalter und das hat mir auch jetzt nicht viel gebracht! Wow! Keine Ahnung, ich... ...weiß es nicht! Ich weiß es gerade echt nicht! Da kann man auch nicht hin! Ach! Schau einer an! Und der erwischt mich, aber ich glaube, das schaffen wir trotzdem nicht mehr in der Folge alles, oder? Oh, ja, ich hab's gefunden! Ja, aber wie kommen wir jetzt an dem Stern dran? Ja, ich glaube, das müssen wir auf die nächste Folge verschieben! War da noch ein geheimer Raum, den ich nicht erkannt habe? Warum? Ach, das ist doch unfair! Ja, aber worum müssen wir denn jetzt lang? Das kann doch nicht der Weg zum Stern sein! Ich versuche es jetzt nochmal, selbst wenn es jetzt überzogen wird, ist mir jetzt auch egal! Wenn ich das jetzt mit dem Stern finde, dann ist gut! Wenn nicht, dann müssen wir das auf die nächste Folge verschieben! Auf jeden Fall, dieser geheimer Raum, der... Der war für mich jetzt gerade echt ein Rätsel! Wie kommen wir denn jetzt an dem Stern, an dem letzten Stern dran? Das muss irgendwas mit dem hier zu gehen haben, bestimmt! Also, auf jeden Fall müssen wir das hier schon mal machen, das ist schon mal gar nicht verkehrt! Der Stern ist aber ganz da oben! Ja, wir müssen da irgendwie hoch! Die Frage ist, wie? Von so? Ach, ja, komm! Das ist ja gemein! Das ist gemein gewesen! Na gut, dann... Machen wir das noch so! Aber ein gutes Rätsel! Ein gutes Rätsel! Muss ich zugeben! Ein wirklich gutes Rätsel! Nein! So, jetzt komm mit! Wir müssen zum Ziel! Ja gut, jetzt wird das nächste Problem... Wie komme ich am Ziel dran? Oje, die Folge wird ja richtig überzogen! Meine Güte! Hilfe! Das wird wieder viel Arbeit für mich werden! Ist da oben noch irgendwas? Sehe ich? Nein? Schade! Ja, dann habe ich das hinter der Leiter verwechselt! Ja, jetzt ist wirklich die Frage... Wie komme ich ins Ziel rein? Wir haben alle Sterne! Wir haben alle Diamanten! Wir haben ein Leben verloren! Aber das macht nichts! Wo war nochmal das Ziel? Das muss doch irgendwo gewesen sein! Das war glaube ich in dem unteren Bereich, ne? Hier! Beim letzten Schlüsseln muss das gewesen sein! Okay, ich sehe da oben ist auf jeden Fall... ...so eine komische Kiste! Ah ja, jetzt stimmt, die brauchen wir ja! Sonst kommen wir ja nicht weiter! Wo wollte ich das eigentlich gar nicht? Komm ich denn jetzt da hoch? Hä? Ach ja, stimmt! Ich muss ja den hier mitnehmen! War ich ganz verwirrt? Aber wie macht man das jetzt weiter? Wie geht das jetzt weiter? Den runterwerfen, mitnehmen! So! Gut! Bis dahin alles verstanden! Das hier mitnehmen? Ah, ich weiß es! Oh, MG! Ich muss warten, bis die Eule oben ist! Zack! Und jetzt komme ich hoch! Oh! Das ist ja wirklich simpel gewesen! Jetzt habe ich es zwar überzogen, aber es ist mir jetzt egal gewesen! In der nächsten Folge werden wir uns dem Bossfight begegnen! Wir haben aber wenigstens alle Kristalle gefunden! Super! Ich bin stolz darauf! Und ich bedanke mich und sage bis zur nächsten Folge! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.